Sportfreie Männer und herzlich willkommen zurück bei L.A.Bustards. Endlich seht ihr mal die Kell-Einheit in Einsatz. Lange habt ihr nichts gehört von euch? Ne, andersrum. Ihr habt von uns nichts gehört. Wie man uns vererkennen kann, haben wir eigentlich standardmäßig gut gesuchtet. Das Game sieht man wahrscheinlich an unseren Ausrüstungscores unten und ja. Wollten wir für euch den Linken-Tunnel auf Herausforderung machen. Pranjo gehört noch zu uns und der anderen, den nehmen wir jetzt einfach mal so mit. In der Hoffnung, dass es ein bisschen einfacher wird. Ja, dass wir schneller rauskommen. Ich weiß es lange her, dass wir Videos gemacht haben. Vor allem ich mit meiner Serie mit euch eigentlich bestanden wollte bei COD. Aber ja, der Ender hat auch was anderes zu tun. Geht halt nicht gerade. War auch lange Zeit ein bisschen krank. Und da ist die Lust so am Boden, ne? Muss man eigentlich auch verstehen. Und geht halt auch was anderes vor. Das ist jetzt was anderes. Irgendwie so der Reiz nicht, aber so irgendwie was man bringen könnte. Weil COD ist halt, viele von euch kriegen es wahrscheinlich selber mit, dass das nicht wirklich spaßig ist momentan. Also mir macht es zumindest keinen Spaß. Ja, mir auch nicht. Und seht ihr Wischen? Das ist jetzt irgendwie so ein Game, wo ich jetzt nicht wirklich weiß, was ich euch zeigen kann, weil ich mich jetzt nicht so als übelsten Pro sehe, wie man gerade schon wieder sieht. Hilfe! So. Gut, haben wir die erste Welle locker easy hinter uns. Let's go! Können wir gleich mal so eingehen. Wir werden auch einen Falken mal noch bringen, wenn wir zu fünft sind. Zu viert. Ja, zu fünft. Ne, wir sind zu fünft. Endo hat eine gespaltene Persönlichkeit. Also sind wir zu fünft. Immer bin ich der Nette und immer bin ich der Böse. So. Nein, zu viert natürlich. Ich habe mich versprochen, ist klar. Und dann werden wir dann mal auch reingehen mit den ganzen Rollen, die wir hier in dem Team übernehmen. Oder wir werden auch mal vielleicht, wenn ihr sehen wollt, in The Dark Zone gehen, über PvP, ein bisschen spielen, ein bisschen mehr, wo es warnet werden, um euch das auch mal zu zeigen, wie es dann dort abgeht. Ihr wisst es vielleicht mittlerweile, weil ihr auch andere Leute guckt und das Spiel vielleicht so, dass ihr es gesehen habt. Aber ich kann es nur empfehlen. Würdest du sagen, es ist ein Empfehlungsgrund das Spiel? Ja. Ist doch gehen. Es ist doch noch einiges. Einiges, was gemacht werden kann bei dem Game, aber so an sich. Ich finde es einfach mega geil. Ne, ich habe ihn schon. Ich habe mir mal ein Video angeguckt von jemand, der... Oh, ich bin gleich down. Ich bin so dumm. Ich bin down. Ah, Feuer. Ich bin genau ins Feuer gesprungen. Ich habe mir mal ein Video angeguckt und da hat ja jemand sich mal über The Division geäußert. Und hat bloß gemeint, das Spiel an sich ist eigentlich totale Zeitverschwendung, aber man fühlt sich irgendwo verpflichtet, täglich online zu kommen, seine Dailies zu machen und andere Aufträge, obwohl man manchmal bei fünf, sechs Stunden Spielzeit überhaupt nichts davon hat. Aber... Naja gut, du musst es sehen, wenn du die völligspunkte Credits sammelst, um dir deine bessere Ausrüstung zu holen, ne. Ich meine, die sind ja auch nicht so dumm und lassen die Leute dann irgendwann verschwinden, ne. Die werden ja immer auch kostenlos, auch wenn es kostet was, werden sich die Spieler das holen. Das ist wie bei Destiny gewesen, ne. Ist halt so. Und kostenlose THC's bringt es ja auch jetzt nochmal. Diesen Monat kommt ja noch das... Ne, für Xbox, glaub ich, kommt es diesen Monat. Aber im nächsten Monat kommt es für die PS4-Spieler und PC-Spieler, glaub ich. Das neue Update. Und da spielen wir dann ja auch noch die andere Map. Also das andere... Ich sag von dazu... Den anderen Einsatz. Anderen Auftrag. Genau. Die ihr jetzt folgen lasst. Den anderen dann halt. Du stirb da mal. Ja. Müssen wir auch sagen, weil das Spiel fetzt. Wir haben Spaß daran. Und ich meine, man sollte sich nicht zwängen zu was. Ja. Man sollte sich einfach nicht zwängen zu was, weil man keinen Bock darauf hat. Und wenn ihr das Spiel gerade Bock macht, dann müsst ihr das auch auf dem Channel verstehen, dass da nur mal kein COD kommt. Ich werde versuchen aufzunehmen. Ich werde aber keine Challenges von euch machen. Ich werde einfach nur ein paar Gameplays rauskimmeln, die vielleicht recht anseelig sind. Von Mangelverhalten her, weil ich auch lange nicht mehr gespielt habe. Und damit müsst ihr klarkommen. Und wenn dann mal wieder COD Bock macht, das ist halt so. Du hast manchmal keinen Bock auf dem Spiel, wenn das dann wieder... Wenn du denkst, okay gut, ich bin jetzt überspielt von der Vision. Dann zockst du wieder COD und dann hast du auch Bock drauf. Aber zum Teil ist halt die Mist nicht da. Und ich hoffe ihr versteht das da auch. Und da ist sich dann zu quälen für eine Aufnahme. Und wir wissen ja auch so, dass die Vision nicht so gut ankam von den Videos. Deshalb müssen wir halt auch sagen, na klar können COD-Videos besser. Aber warum sollen wir den Channel nur auf COD aufbauen, wenn es halt zur Zeit keinen Bock macht. Also wenn ihr da uns seht, uns zu deabonnieren ist es klar, dann verstehe ich das. Aber ihr müsst halt auch unsere Perspektive sehen. Guck mal, vergleichen wir mal mit Montana Black, der hat früher auch noch COD gekriegt. Trinkt der jetzt mal COD? Außer wenn ihr live streamt. Nö. Oh, ich sitze ein Auto und Quatsch irgendein Dünsch ist. Hier sind wir drin oben bei uns, Fronja. Ich stehe schon oben. Ach oben. Ja. Bis dann. Und deswegen müsst ihr das einfach mal verstehen. Aber ich muss sagen dafür, dass jetzt fast einen Monat oder so nichts kam bei uns. Aber trotzdem Abonnenten gemacht. Ja. Ja. Das ist halt echt krass. 675 sowas. Genau. Ja. Wusste das bis gestern glaube ich nicht immer. Das muss man so was machen. Ja. Und wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr uns auch abonnieren mit uns zocken. Das hat man gestern auch mit einem Abonnenten. Ja. Haben den von 171 auf glaube ich 189 gebracht. Also grüße gehen raus an Joe. Kommt auch aus Leipzig der Kleiner. Tippe. Na gut, Kleiner ist er nicht. Ist schon ein bisschen älter. Und wenn ihr mal mit uns zocken wollt. Oder wenn ihr uns mal was sagen wollt. Wie ihr das Spiel spielt. Wie ihr bei euch vielleicht Aufgaben, Rollenaufgaben sind. Bei uns sind die eigentlich leicht verstrickt. Also wir haben zwei Mann, die Ruf der Wache haben. Dann einer der Stürmer und Ruf der Wache hat. Und ich bin zur Zeit der einzige der Taktiker spielt. Ich will ja nicht bei Pete wie das aussieht. Was hast du? Ich bin eher Ruf der Wache und halt auch Taktiker mäßig unterwegs. Also bei mir ist es eher tanky. Ruf der Wache. Ja. Und ich bin halt nur meistens hinten. Ich mache halt nicht den extremen Schaden. Also kann man ja auch mal vergleichen. Ich will es ja nicht. Franjo, was machst du für Schaden SPS so? Circa? 302. Ja. Und ich mache 133. Mit meiner besten Wache. Aber... Naja. Könnt ihr schon vor? Also das bohren sie dann gleich direkt vorne. Ist nur so, dass man einfach mal wieder... Ich habe gerade gesagt, wir haben sowieso jetzt Idee, die ich es gemacht habe. Ich wollte eh aufnehmen. Hätte daraus ein Kommentar gemacht, um mit euch zu quatschen. Hätte es ein bisschen zusammengeschnitten. Und da kam Pete in der Gruppe online. Er muss ja heute auch noch arbeiten. Später habe ich gesagt, so komm, pimpel mal jetzt mal ein Video raus. Dass wir endlich mal wieder was haben. Naja. Und jetzt habt ihr uns mal wieder. Ja. Dann werden wir vielleicht noch öfters bringen. Ich denke mal, Falk und Lost werden wir mal morgen angehen. Oder einen Abend. Ja. Also dann da auch mal da sehen, wie wir das machen. Klar ist es nicht zu 100% bei uns. Dass wir das 100%ig gut hinkriegen. Es gibt bestimmt von euch auch bessere Spieler, die das sehen. Keine Frage. Wir sind jetzt nicht die Besten, ne? Wir haben auch, wenn es zusammenkommt. Vielleicht haben wir gerade mal 20 Abschüsse in der Dark Zone gemacht. Erst von PvP spielen. Denke ich mal. Zusammen alle. Also wir sind eher die, die nicht so gerne Loot-Killen, sondern eher Loot-Farms an. Es ist halt wichtiger für Equipment wie, oh ich muss jetzt PvP spielen. Na klar, die Trophäe wie Franjo, der will die unbedingt. Aber... Man muss auch sagen, es hängt auch ein bisschen hinterher. Also wir können ja mal sagen, Franjo, welches Level bist du bei... Bei Dark Zone? Ja. Ich bin 65, ja? Ja. Ich bin gerade mal 37. Lass dein Leben, lass dein Leben. Ich bin 54 oder... ne, ja 54 oder 55. Also... Wir sind jetzt noch nicht so 99. Ja, er hat ihn gekillt, naja. Ist nicht so schlimm. Also wie schon gesagt, wir nehmen euch da jetzt öfters mal mit. Wir werden uns da zusammenreißen, dass wir da ein bisschen Videos noch bringen. Auch zusammen halt, aber... Man kann halt... Ich sag halt einfach mal jetzt so... Wir wollen es nicht übertreiben, ne. Und wenn ein Video kommt, kommt ein Video. Wenn mal wieder COD kommt, kommt COD. Ohne sonst mal... Dämonen wie ein alter Früche immer wieder mal bei Video. Wir versuchen jetzt in der nächsten Zukunft ein bisschen mehr Gewissen mal zu bringen. Zu zweit auch oder zu dritt oder zu viert. Halt mit dem Team. Aber versprechen würde ich jetzt nicht so doppien. Ja. Wir können mal, wenn ihr wollt, ein Video machen von unseren Klassen-Setup, wie wir das spielen. Wie wir das momentan als gut empfinden. Empfindet ja auch jeder anders. Genau. Genau. Und da könnt ihr auch eure Kommentare drunter posten. Und mal sagen, wie ihr es spielen würdet. Oder was ihr drauf habt. Und... Ich denke mal, Pflicht ist ja sowieso für jeden, der das Spiel eigentlich spielt, erst mal... Zumindest ein 4er-Set zu haben und eine 2er. Grün. Oder dunkelgrün, was das ist jetzt das neue. Und ja. Also die Gear-Sets. Und da könnt ihr ja mal erklären, was ihr so drauf habt. Und ob das falsch ist, was wir da haben. Ich denke, wir müssen haben eigentlich alle gute Ausrüstung. Und ja. Uh. Weiß nicht. Komm noch mal welche. Komm noch mal welche. Ey, Mann. Hätten wir nicht ein paar Sekunden warten können? Das war ich. Ich habe einen Kopfschuss verpasst. Ich seht jetzt auch bei Pete, dass die Heilung extrem hoch geht, weil ich halt auch Healer gespackt bin für uns. Und das kann man auch schon sagen. Da ist dann halt über die Gesundheit hinaus dann, wenn der grüne Balken dort unten abgelogen ist, dann da oben, dann geht er über die Gesundheit erst down. Das ist wenn man über die Distanz heilen kann, Leute. Ich denke der geht auch nicht höher. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der höher als der Hälfte dann machen kann. Ne, es geht nicht höher. Ne. Also bringt das auch nichts. Und umso mehr wir zum Beispiel mit den Taktikern so, umso mehr Abschüsse wir machen und umso mehr Treffer wir landen pro Sekunde, umso höher geht meine Fähigkeit. Also normaler Wert ist irgendwas bei mir bei, ich will jetzt nicht lügen, ich glaube 21.000, 23.000 oder so. Und wenn wir dann so weit hoch uns juchteln, ist er dann irgendwo bei 30.000. Also ich könnte Fähigkeiten extrem schnell stemmen und extrem viel Schaden damit machen. Oder halt besser heilen und so. Was eigentlich gar nicht so schlecht ist. Ich weiß ja nicht, wie es bei der Ruf der Wache ist. Ich kenne mich da nicht aus. Hab das nicht. Der Ruf der Wache ist halt diese Kopfschüsstreffer. Wird dann halt, wenn du auf den Kopf ziehst, wird er markiert. Umso öfter du triffst, umso höher ist der Markierungsgrad, sag ich jetzt mal. Und dann machst du mehr Schaden dann bei dem. Und wenn du 4 hast, ist das doch der... Achso, das ist das ja mit dem Markieren über dem Kopf. Und dann machst du mehr Schaden. Aber nur kritische Treffer machst du mehr Schaden. Sonst nix, oder? Ne, generell Schaden. Achso, generell Schaden. Das ist halt gut, wenn du so einen drin hast im Team. Wenn du einen guten Sniper hast, der dreimal auf den Kopf trifft, dann ist der Schaden natürlich dann für die anderen Leute doppelt so hoch oder so. Was eigentlich gut ist, du hast einen Taktiker, einen Stürmer und zwei mit Ruf der Wache. Finde ich persönlich, wenn du im Team spielst. Finde ich ganz geil. Haben wir auch. Wir können auch unsere Waffen dann noch vorstellen. Kannst du ja mal sagen, was wir haben oder was du hast. Das könnten wir jetzt nochmal schnell in der Dauer machen, weil es geht ja nicht mehr lange. Fanger hat sich jetzt die AUG gekönnt mit 204er Gearscoren. Er sagt, die ist gut. Und die hat auch gute Steps. Ich würde auch sagen, das kann man mal in einem extra Video machen und so. Ja, können wir auch machen. Was ich lohnt, was ich auch sagen kann, ist, wenn ihr die Midas habt, spielt die mal, wenn ihr ein P-Spieler seid. Und wenn ihr alle Talente freigespielt habt, dann ist es nicht schlecht. Also trotz Patch ist sie immer noch gut, sag mal so. War früher besser. Ich guck mal so. Dann schau dir mal den Tod, alter. Ey, der dreckige.. Oh, ich seh nichts, ne? Weil neben mir so ein scheiß Computertyp steht. Ehh, Mann, alter. Ne schwere Geburt, ne? Hmm. Hm. 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 Wie gesagt, ich habe ja den kühlen Kopf hier auf der M1. Ist zwar geil, aber dadurch muss ich hier oben aufpassen und scharf schützen. Ja, ich muss gerade in Deckung gehen. Der erste ist da unten. Jetzt hier unten die anderen. Jetzt kommen hier die Kleenwixer. Da kommt der nächste Pimmelutscher. Da merkt man, dass man halt nicht so viel Schaden macht. Ich brauche echt ein ganzes Magazin mit der MP auf kurze Distanz. Ich muss mal kurz hochheilen. Man muss auch sagen, wir haben es auch mal probiert in Felden auf Herausforderung zu machen. Aber wer das schafft, ist echt krank. Ich bin mal gespannt aufs erste Video, wenn der es wirklich einmal Solo macht. Ohne Klitsch. Ja. Ich muss sagen, auf schwer fand ich auch, dass das übelst heftig ist und hätten nie gedacht, dass es einer ohne Klitsch schafft. Aber da wurden wir ja auch eines Besseren belehrt. Aber herausfordernd, meinst du, dass das einer alleine schafft? Ich glaube es nicht. Stimmt, irgendwann schon. Aber der hat ja wirklich die überragende Taktik, wie er spielt. Ja. Und hat er ja auch, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass jemand das schafft. Ja, das Ding ist, wenn du alleine spielst, man merkt es ja auch bei den Dailies, kommen halt weniger Gegner. Aber ob das dann bei Falcon genauso ist? Ne. Ne, ne, ne. Ich glaube bei Falcon bleibt es so. Auch bei herausfordernd ist das so, dass die Gegnerzahl gleich bleibt. Ich habe ja den hier mal versucht, ob ich einen Pimmel in der Hose habe, um den mal alleine zu schaffen. Und da kam ich halt auch nur bis zum Tunnel alleine. Und da kamen genauso viele Gegner, wie wenn wir jetzt zu viert spielen. Also alleine ist genau das gleiche da. Ich hoffe, das ist eine schwere Hausmarke. Wenn das jemand packt, das ist auf jeden Fall krass. Also da muss ich sagen, Respekt und Hut ab an den Typen. Er muss schon ganz intaktisch dafür gespielt. Halt doch. Halt doch. Habt du? Ich bin dann krank. Ich bin komplett tot. Gut, komm. Oh, Alter, von wo wäre ich schon beschossen? Von oben, von Dach. Autodach. Ach ja, okay. Gut. Gut. Wo ist Franja noch? Hier. Hier. Ja, ist an dem... Auto. Heilen wir mal kurz. Also, wiederbeleben wir. So. Bist du da? Alles klar. So. Oioioi. Wer ist da drin? Oh, hier steht ja schon wieder einer. Oh, hier mal den da oben. Hm. Wo ist denn der überhaupt? Achso, da ganz oben. Genau. Weil... Ich hab keinen Bock jetzt dort hochzulatschen und hier normal zu heilen. Es ist jetzt Zeit, die mir verloren geht. Und hier hab ich keine Lust drauf. . Was machst du denn Franja? Hm. Hm. Also ein Schuss vom Sniper halte ich aus, aber... Ja, nein, okay. Versteckt sich so hier, das ist halt der Dumme. Ja, hier drüben sitzt noch einer, aber den treffe ich auch nicht. Ich kann ja den hier drüben kriegen irgendwie, der liegt auch so auf dem Boden, weil er nicht weiß, wie er drückt. Ich komme aber nicht ran hoch. So, den einen habe ich, so jetzt noch der Sniper und zwei Wellen circa kommen noch, ein bisschen Schaden habe ich gedrückt, jetzt kommt der erste Baseball-Typen, Baseball-Schläger-Typen. Da kommt noch einer, dann habe ich schon ein bisschen Schaden gedrückt gemacht, sehr schön. Also wie gesagt, ihr könnt in den Kommentaren schreiben, ob ihr das Spiel weiter sehen wollt, auch mit der Konstellation zu viert. oder so. Oder ob ihr jetzt sagt, ihr zockt lieber alleine oder so, keine Ahnung. Aber wir würden gerne welche immer mitnehmen. Wir hatten ja auch immer Goldsohme dabei, damals bei COD. Und wenn ihr halt das Spiel jetzt nicht so attraktiv findet und spielt, dann ist das natürlich anders. Dann haben wir halt auch andere Leute mit denen gezocken. Neue Welle sonst. Ja, das ist die letzte, oder? Mhm. Oben geschützt Typ. Ja, fast gestorben. Ich schieße ins Auto, aber ich bin so ein Pimmelberger. Und siehst du die drei Pfeile oben, dann ist der Wache. Ja, stimmt. Und jetzt ist blau noch an. Dann hat er es angemacht. Stimmt der Typ, oder? Ich habe eins noch. Ich habe eins auch noch. Ja, dann mach direkt danach gleich noch blau ab, bitte. Mhm. Okay. Ja, ich will. Können wir den hier noch tot machen? Ich will jetzt nicht, ob nochmal welche kommt. Ich klopse gar nicht. So, und jetzt gehen wir den Dicken noch holen. Und dann haben wir sie auch geschafft. Ja. Kaputt. Gut. Sehr schön. Na, bei mir ist auch noch gelb, aber kann man ja verschrotten. Oder verkaufen, wenn man will. Hm, haben wir den geschafft. Ging auch recht fix, denke ich mal. Höchstens 15 Minuten, würde ich sagen. Das sah auch schon mal anders aus. Ja, früher hat man sich da durchgequält, und jetzt ist es einfach nur easy play. Ja, ich war nur eine Konzentrationssache. Richtig, würde ich auch sagen. Erstmal in der Hauptbase, und dann. Wir können auch hier zum Abschluss kommen, eigentlich, zu dritt. Ich bin schon losgereist. Schade. Achso. Okay. Ich würde sagen, ich habe da mal was von uns gehört. Na gut. Können dann die Kommentare schreiben, ob ihr Bock auf so einen Klassenguide habt. Von uns gesehen zumindest, was wir gut finden. Und ansonsten, ich denke mal, wir werden noch weiter unser Ding machen. Ab und zu mal ein Video bringen, so wie wir Bock drauf haben. Aber was für ein Game halt. Und... Enno, du hast die letzten Worte. Ich kann nur noch sagen, worauf wir auch alle uns freuen. Auch wenn jetzt z.B. Framion neu drin ist. Und der wird sich das auch für 20 Euro holen. Im Sommer geht es auf jeden Fall ab. Weil dann kommt auf der Playstation H1Z1 Battle Royale. Und da werden wir uns auf jeden Fall auch mindestens 2-3 Mal in der Woche hören. Das kann ich mal sprechen, so wie es ist. Weil ich und Piet wollen dann zusammen in Team mal Platz 1 schaffen. Das ist unsere Hauptaufgabe. Das ist unser Muss. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns bei den nächsten Videos. Reingauen. Ciao. Ciao. Macht's gut.